Ja, für dich. Ich bin auch ganz allein auf der Welt. Wo ist dein Vater? Lass mich in Ruhe. Zeig mal dein Gesicht. Du bist ja ein Monster. Hättest du Lust mitzukommen? Was ist das denn? Der Junge ist ab sofort mein Schüler. Mein Schüler? Wenn du das so erklärst, werde ich das nie verstehen. Ein Schüler hat zu schweigen und zu gehorchen. Auf keinen Fall, sonst hört deine Doofheit noch auf mich ab. Klappe! Oh, Klappe! Ich hab euch doch gebeten, etwas langsamer zu essen. Gewonnen! Geh was denn, Abwasch? Kuta ist wild darauf, alles von dir zu lernen. Er folgt dir wie ein kleines Kind seinem Vater. Ein kleines Kind? Kuta denkt, dass er schon allein zurechtkommen wird. Aber er braucht dringend jemanden, der ihm hilft.